Das Wirtshaus im Spessart Vor vielen Jahren, als die Wege im Spessart noch schlecht waren und nicht so häufig wie jetzt befahren wurden, zogen zwei junge Burschen durch diesen Wald. Der eine mochte 18 Jahre alt sein und es war ein Zirkelschmied. Der andere, ein Goldschmied, war nach seinem Aussehen zu schließen wohl noch keine 18 Jahre alt und trat seine erste Reise in die Welt an. Der Abend war schon angebrochen und die Schatten der riesengroßen Fichten und Buchen verfinsterten den schmalen Weg, auf dem die beiden wanderten. Der Zirkelschmied schritt wacker vorwärts und pfiff ein Lied. Er schwatzte zuweilen auch mit Munter, seinem Hund, und schien sich nicht so sehr darum zu kümmern, dass die Nacht nahte und die nächste Herberge noch weit war. Aber Felix, der Goldarbeiter, sah sich oft ängstlich um. Wenn der Wind durch die Blätter rauschte, schien es ihm, als höhere Ertritte hinter sich. Wenn das Gesträuch am Weg hin und her wankte und sich teilte, so glaubte er, Gesichter hinter den Büschen lauern zu sehen. Der junge Goldschmied war sonst nicht abergläubisch oder feige. In Würzburg, wo er gelernt hatte, galt er unter seinen Kameraden als ein unerschrockener Bursche, dem das Herz am rechten Fleck saß. Aber heute war ihm doch sonderbar zumute. Man hatte ihm vom Spessat so mancherlei erzählt. Eine große Räuberbande sollte dort ihr Unwesen treiben, viele Reisende seien in den letzten Wochen ausgeplündert worden. Ja, man sprach sogar von einigen gräulichen Mordgeschichten, die sich vor nicht langer Zeit dort abgespielt haben sollten. Da wurde ihm doch etwas bange. Sie waren ja nur zu zweit und konnten gegen bewaffnete Räuber nur wenig ausrichten. Es reute ihn, dass er dem Zirkelschmied gefolgt war, noch eine Station weiterzugehen, statt am Eingang des Waldes über Nacht zu bleiben. Und wenn ich heute Nacht totgeschlagen werde und mein Leben und alles, was ich bei mir habe, verliere, so ist es nur deine Schuld, Zirkelschmied. Du hast mich beschwatzt, in diesen schrecklichen Wald hineinzugehen. Sei kein Hasenfuß, erwiderte der andere. Ein rechter Handwerksbursche sollte sich eigentlich gar nicht fürchten. Und was meinst du denn? Meinst du wirklich, die Herren Räuber in Spessat werden sich die Ehre antun, uns zu überfallen und totzuschlagen? Warum sollten sie sich diese Mühe machen? Etwa wegen meines Sonntagsrocks, den ich im Ranzen trage, oder wegen des Zehrpfennigs von einem Thaler? Da muss man schon vierspennig fahren und in Gold und Seide gekleidet sein, damit sie es der Mühe wert finden, einen totzuschlagen. Halt! Hörst du nicht etwas im Wald pfeifen? fragte Felix ängstlich. Das war der Wind, der um die Bäume pfeift. Beile dich, so lange kann es nicht mehr dauern. Ja, du hast gut reden wegen des Totschlagens, fuhr der Goldschmied fort. Dich fragen sie, was du hast, durchsuchen dich und nehmen dir allenfalls den Sonntagsrock und den Gulden und die 30 Kreuze weg. Aber mich? Mich schlagen sie gleich anfangs tot, nur weil ich Gold und Geschmeide mit mir führe. Warum sollten sie dich deswegen totschlagen? Wenn jetzt vier oder fünf mit geladenen Büchsen dort aus dem Busch kämen, die Gewehre auf uns anlegten und uns ganz höflich fragten, ihr Herren, was habt ihr bei euch? Und sagten, macht es euch bequemer, wir wollen euch tragen helfen. Und was es noch mehr an derartigen anmutigen Redensarten gibt, da wärst du doch nicht dumm, macht es deinen Ranzen auf und legt es die gelbe Weste, den blauen Rock, zwei Hemden und alle Halsbänder und Armbänder und Kämme und was du sonst noch bei dir hast, höflich auf die Erde und bedanktest dich für dein Leben, das sie dir schenkten. So, meinst du, entgegnete Felix eifrig, den Schmuck für meine Frau Patin, die liebe Frau Gräfin soll ich hergeben? Eher mein Leben, eher lasse ich mich in kleine Stücke zerschneiden. Hat sie nicht Mutterstelle an mir vertreten und mich seit meinem zehnten Lebensjahr ausbilden lassen? Hat sie nicht die Lehre für mich bezahlt, meine Kleider und alles? Und jetzt, da ich sie besuchen darf und etwas mitbringe, das sie beim Meister bestellt hat und das ich selbst gearbeitet habe, jetzt, da ich ihr an dem schönen Geschmeide zeigen könnte, was ich gelernt habe, jetzt soll ich alles hergeben? Nein, lieber will ich sterben, als dass ich diesen schlechten Menschen das Geschmeide meiner Frau Patin gebe. Sei kein Narr, rief der Zirkelschmied. Wenn sie dich totschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck ja trotzdem nicht. Es ist daher wirklich besser, du behältst dein Leben. Felix antwortete nicht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgekommen und bei dem ungewissen Licht des Neumondes konnte man kaum fünf Schritte weit sehen. Er wurde immer ängstlicher und hielt sich näher an seinen Kameraden. Er wusste nicht recht, ob er dessen Reden und seine Beweisführung zustimmen sollte oder nicht. Sie gingen noch ungefähr eine Stunde lang, da erblickten sie in der Ferne ein Licht. Der junge Goldschmied meinte, man dürfe ihm nicht trauen, es könne von einem Räuberhaus sein. Aber der Zirkelschmied belehrte ihn, dass Räuber ihre Häuser oder Höhlen unter der Erde haben und hier müsse das Wirtshaus sein, das ihnen ein Mann am Eingange des Waldes beschrieben habe. Es war ein langes, niedriges Haus. Ein Karren stand davor und nebenan im Stall hörte man Pferde wiehern. Der Zirkelschmied winkte den Gesellen an ein Fenster, dessen Läden geöffnet waren. Sie konnten, wenn sie sich auf die Zehen stellten, die Stube überblicken. Am Ofen, in einem Armstuhl, schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann oder wohl auch der Besitzer des Karrens vor der Tür sein konnte. An der anderen Seite des Ofens saßen eine Frau und ein Mädchen und Spannen. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mensch, der ein Glas Wein vor sich hatte und den Kopf in die Hände stützte, sodass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Der Zirkelschmied schloss aber aus seiner Kleidung, dass es ein vornehmer Herr sein müsse. Während sie noch auf der Lauer waren, schlug ein Hund im Haus an. Munter, der Hund des Zirkelschmieds antwortete und eine Magd erschien in der Tür und hielt Ausschau nach den Fremden. Man sagte ihnen ein Nachtessen und ein Bett zu. Sie traten ein und legten ihre schweren Bündel, Stock und Hut in eine Ecke und setzten sich zu dem Herrn an den Tisch. Dieser richtete sich bei ihrem Gruß auf und sie erblickten einen vornehmen, jungen Mann, der ihnen freundlich für den Gruß dankte. Ihr seid noch spät unterwegs, sagte er. Habt ihr euch nicht gefürchtet, in dieser dunklen Nacht durch den Spässer zu reisen? Ich für meinen Teil habe lieber mein Pferd in dieser Schenke eingestellt, als dass ich nur noch eine Stunde weitergeritten wäre. Da habt ihr allerdings recht gehabt, Herr, erwiderte der Zirkelschmied. Der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Entfernung von einer Stunde herbei. Aber wenn ein paar arme Burschen wie ihr durch den Wald schleichen, Leute, denen die Räuber eher etwas schenken könnten, da rühren sie keinen Fuß. Das ist wahr, entgegnete der Fuhrmann, der durch die Ankunft der Fremden aufgeweckt worden war und nun an den Tisch trat. Von einem armen Mann kann man kein Geld erwarten, aber man hat Beispiele, dass sie arme Leute aus purer Mordlust niedergestochen oder gezwungen haben, als Räuber in die Bande einzutreten. Nun, wenn es so aussieht mit diesen Leuten im Wald, bemerkte der junge Goldschmied, so wird uns auch dieses Haus wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu viert und mit dem Hausknecht zu fünft. Wenn ihnen einfällt, uns mit zehn Mann zu überfallen, was könnten wir dann gegen sie tun? Und überdies, setzte er leise flüsternd hinzu, wer sagt uns, dass diese Wirtsleute ehrlich sind? Das glaube ich schon, erwiderte der Fuhrmann. Ich kenne diese Wirtschaft seit mehr als zehn Jahren und habe nie etwas Verdächtiges bemerkt. Der Mann ist selten zu Hause. Man sagt, er treibe Weinhandel. Die Frau ist eine stille Person, die niemandem Böses will. Nein, ihr tut ihr Unrecht, Herr. Und doch, nahm der vornehme junge Mann das Wort, doch möchte ich, was er gesagt hat, nicht völlig verwerfen. Erinnert euch an die Gerüchte, die besagen, dass hier in diesem Wald schon viele Leute spurlos verschwunden sind. Mehrere von ihnen haben vorher gesagt, sie würden in diesem Wirtshaus übernachten. Als man aber nach zwei oder drei Wochen, in denen man nichts von ihnen gehört hatte, nach ihnen forschte und auch hier im Wirtshaus fragte, da war keiner von ihnen hier gesehen worden. Das ist doch verdächtig. Weiß Gott, rief der Zirkelschmied, es wäre wohl fast vernünftiger, wenn wir unter dem nächsten Baum unser Nachtlager aufschlügen, als hier in diesen vier Wänden zu bleiben. Hier ist doch an kein Entkommen zu denken, wenn sie einmal die Türen besetzt haben, denn die Fenster sind ja vergittert. Sie alle waren durch diese Reden nachdenklich geworden. Es schien ihnen gar nicht unwahrscheinlich, dass die Besitzer der Schenke im Wald, sei es gezwungenermaßen oder freiwillig, im Einverständnis mit den Räubern waren. Die Nacht schien gefährlich zu werden. Sie hatten aus manchen Berichten gehört, wie man Wanderer im Schlaf überfallen und ermordet hatte. Und wenn es auch nicht um ihr Leben gehen sollte, so war doch der Teil der Gäste in der Waldschenke so arm, dass der Verlust eines Teils ihrer Habe für sie bereits sehr schmerzlich gewesen wäre. Sie schauten nachdenklich und düster in ihre Gläser. Der junge Herr wünschte sich, auf seinem Pferd durch ein sicheres, offenes Tal zu traben. Der Zirkelschmied wünschte sich zwölf seiner handfesten Kameraden mit Knütteln bewaffnet als Leibgarde. Felix, der Goldschmied, bangte mehr um den Schmuck seiner Wohltäterin als um sein Leben. Der Fuhrmann aber, der einige Male den Rauch seiner Pfeife vor sich hingeblasen hatte, sprach nun leise. Ihr Herren, Sie sollen uns wenigstens nicht im Schlaf überfallen. Ich für meinen Teil will, wenn einer von Ihnen mithält, die ganze Nacht wach bleiben. Das will ich auch! Ich auch! riefen die drei Übrigen. Schlafen könnte ich doch nicht, setzte der junge Herr hinzu, der ein Student war. Da legte die Wirtin ihren Spinnrocken beiseite und trat an den Tisch der Gäste. Jetzt, ihr Herren, ist es an der Zeit, zu Bett zu gehen, sagte sie. Es hat neun geschlagen und morgen ist auch noch ein Tag. Nun, so geht ins Bett, rief der Student. Bringt uns noch eine Flasche Wein und dann wollen wir euch nicht länger abhalten. Nein, entgegnete sie missmutig. Solange noch Gäste in der Wirtstube sitzen, können Wirtin und Dienstboten nicht weggehen. Also, kurz und gut, ihr Herren, macht, dass ihr in eure Kammern kommt. Mir wird die Zeit zu lange und länger als bis neun. Uhr darf in meinem Haus nicht gezächt werden. Was fällt euch ein, Frau Wirtin, sprach der Zirkelschmied staunend. Was schadet es denn euch, ob wir hier sitzen, wenn ihr schon längst schläft? Wir sind anständige Leute und wir werden euch nichts wegnehmen. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass wir ohne Bezahlung weggehen. So lasse ich mich in keinem Wirtshaus behandeln. Die Frau rollte zornig mit den Augen. Meint ihr, ich werde wegen jedem Lumpen von einem Handwerksburschen, wegen jedem Landstreicher, der mir zwölf Kräuter zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern? Ich sage euch jetzt zum letzten Mal, dass ich diesen Unfug nicht zulasse. Der Zirkelschmied wollte etwas entgegnen, aber der Student sah ihn bedeutungsvoll an und zwinkerte den übrigen zu. Gut, sagte er, wenn die Frau Wirtin es so haben will, so wollen wir auf unsere Kammern gehen. Wir möchten nur um Lichter bitten, damit wir den Weg finden. Damit kann ich nicht dienen, entgegnete sie mürrisch. Die anderen werden schon ihren Weg im Dunkeln finden und für euch wird dieser Kerzenstumpf wohl reichen. Mehr habe ich nicht im Haus. Schweigend nahm der junge Mann das Licht und stand auf. Die anderen folgten ihm. Die Handwerksburschen nahmen ihre Bündel, um sie in ihre Kammern zu bringen. Sie gingen hinter dem Studenten her, der ihnen die Treppen hinaufleuchtete. Als sie oben angekommen waren, bat sie der Student, leise zu sein. Er schloss seine Tür auf und winkte ihnen einzutreten. Jetzt besteht kein Zweifel mehr, sagte er. Sie will uns verraten. Habt ihr gemerkt, wie ängstlich sie darum bemüht war, uns in unsere Zimmer zu schicken? Sie war ganz deutlich bemüht, uns daran zu hindern, weiter wach zu bleiben. Sie meint wahrscheinlich, wir werden uns jetzt niederlegen, damit sie nachher ein leichtes Spiel hat. Meint ihr nicht, dass wir noch entkommen können? fragte Felix. Im Wald hat man doch eher die Möglichkeit, sich zu retten, als hier in diesem Zimmer. Die Fenster sind auch hier vergittert, rief der Student und versuchte vergebens, einer der Eisenstäbe des Gitters zu lockern. Uns bleibt nur ein Ausweg, wenn wir fliehen wollen, durch die Haustür, aber ich glaube nicht, dass wir uns gehen lassen werden. Es käme auf einen Versuch an, sprach der Fuhrmann. Ich will einmal probieren, ob ich in den Hof kommen kann. Wenn mir das gelingt, hole ich euch nach. Die Übrigen billigten diesen Vorschlag, der Fuhrmann legte die Schuhe ab und schlich auf den Zehen zur Treppe. Seine Genossen lauschten ängstlich oben im Zimmer. Er war schon glücklich und unbemerkt die Hälfte der Treppe hinuntergeschlichen, als er um einen Pfeiler herumging, richtete sich plötzlich eine riesige Dogge vor ihm auf. Sie legte ihre Tatzen auf seine Schultern und zeigte ihm, gerade vor seinem Gesicht, zwei Reihen scharfer, langer Zähne. Er wagte sich weder vor noch zurück. Bei der kleinsten Bewegung schnappte der entsetzliche Hund nach seiner Kehle. Das Tier fing zu heulen und zu bellen an und bald erschienen der Hausknecht und die Frau mit Lichtern. Wohin? Was wollt ihr? fragte die Frau. Ich möchte noch etwas aus meinem Karren holen, antwortete der Fuhrmann. Dabei zitterte er am ganzen Leibe. Als die Tür aufging, hatte er mehrere braune, verdächtige Gesichter, Männer mit Büchsen in der Hand, im Zimmer bemerkt. Das hättet ihr auch früher tun können, sagte die Wirtin Mörrisch. Fassan hierher! Schließt die Hoftier zu, Jakob, und leuchtet den Mann zu seinem Karren. Der Hund zog seine Schnauze und seine Tatzen von der Schulter des Fuhrmanns und legte sich wieder quer über die Treppe. Der Hausknecht hatte das Hoftor geschlossen und leuchtete den Fuhrmann. An ein Entkommen war nicht zu denken. Als er nachdachte, was er denn eigentlich aus dem Karren holen konnte, fiel ihm ein, dass er ein Pfund Wachslichter in die nächste Stadt bringen sollte. Das Stümpfchen da oben reicht kaum mehr für eine Viertelstunde, sagte er zu sich. Und wir brauchen Licht? Er nahm also zwei Wachskerzen aus dem Wagen, verbarg sie im Ärmel und holte dann seinen Mantel aus dem Karren, mit dem er sich, wie er zu dem Hausknecht sagte, heute Nacht zudecken wolle. Glücklich kam er wieder auf das Zimmer. Er erzählte von dem großen Hund, der als Wache auf der Treppe liege, von den Männern, die er flüchtig gesehen habe, von allen Anstalten, die man gemacht habe, um sich ihrer zu versichern und schlossseufzend. Wir werden diese Nacht nicht überleben. Das glaube ich nicht, erwiderte der Student. Die Leute können nicht so töricht sein, dass sie wegen des geringen Gewinns, der bei uns zu erwarten ist, vier Menschen umbringen wollen. Wir dürfen uns nicht verteidigen. Ich werde wohl das meiste einbüßen. Mein Pferd ist schon in ihren Händen und ich habe es erst vor vier Wochen für 50 Dukaten gekauft. Meine Börse und meine Kleider gebe ich ihnen freiwillig, denn mein Leben ist mir doch lieber. Ihr habt gut reden, erwiderte der Fuhrmann. Die Dinge, die ihr verlieren könnt, können leicht ersetzt werden. Aber ich bin der Bote von Aschaffenburg und habe allerlei Güte auf meinem Karren und die beiden schönen Rosse im Stall sind mein einziger Reichtum. Ich kann unmöglich glauben, dass sie euch etwas antun werden, warf der Zirkelschmied ein. Wenn sie einen Boten berauben, das würde ziemliches Aufsehen im Land erregen. Aber ich bin auch der Meinung, die der Herr geäußert hat. Lieber will ich gleich alles hergeben, was ich habe und schwören, nichts zu sagen, niemanden zu verklagen, als mich gegen Leute, die Büchsen und Pistolen haben, wegen meiner geringen Habe zu wehren. Der Fuhrmann hatte inzwischen seine Wachskerzen hervorgeholt. Er klebte sie auf den Tisch und zündete sie an. So lasst uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird, sprach er. Aber wir wollen beisammen bleiben und uns den Schlaf vertreiben. Plötzlich hörten sie ein Geräusch vor der Schenke. Man hörte einen Wagen anhalten, mehrere Stimmen riefen nach Licht. Es wurde heftig an das Hoftor gepocht und dazwischen heulten mehrere Hunde. Die Fenster der Kammern, die man dem Fuhrmann und den Handwerksburschen angewiesen hatte, gingen zur Straße hinaus. Die vier Gäste sprangen auf und liefen dorthin, um zu sehen, was vorgefallen war. So viel sie beim Schein einer Laterne erkennen konnten, stand ein großer Reisewagen vor der Schenke. Ein großer Mann hob zwei verschleierte Frauen aus dem Wagen und ein Diener in Livret war dabei, die Pferde auszuspannen. Ein anderer Bedienter schnallte einen Koffer los. Diesen sei Gott gnädig, seufzte der Fuhrmann. Wenn die mit heiler Haut aus der Schenke kommen, so habe ich für meinen Karren auch keine Befürchtungen. Still, still, flüsterte der Student. Mir dämmert, dass man gar nicht uns, sondern diesen Damen auflauert. Wahrscheinlich waren sie unten schon von ihrer Reise unterrichtet, wenn man sie nur warnen könnte. Doch halt, es gibt im ganzen Wirtshaus kein anständiges Zimmer für die Damen, außerdem neben dem Meinen. Das wird man ihnen anweisen. Bleibt ihr hier in der Kammer, ich werde versuchen, mit dem Bedienten zu sprechen. Der junge Mann schlich in sein Zimmer und löschte die Kerzen aus. Er ließ nur das Licht brennen, das ihm die Wirtin gegeben hatte. Dann lauschte er an der Tür. Bald kam die Wirtin mit den Damen die Treppe herauf und führte sie mit freundlichen, sanften Worten in das Zimmer nebenan. Sie redete ihren Gästen zu, sich bald niederzulegen, da sie doch sicher von der Reise erschöpft waren. Dann ging sie wieder hinunter. Bald hörte der Student schwere, männliche Tritte die Treppe heraufkommen. Er öffnete vorsichtig die Tür und er blickte durch die kleine Spalte den großen Mann, der die Damen aus dem Wagen gehoben hatte. Er trug ein Jagdguide und hatte einen Hirschfänger an der Seite. Er war wohl der Reisestallmeister oder der Begleiter der fremden Damen. Als der Student bemerkte, dass der Mann allein heraufgekommen war, öffnete er schnell die Tür und winkte diesem, bei ihm einzutreten. Verwundert trat er näher und bevor er noch fragen konnte, was man von ihm wolle, flüsterte ihm der Student zu. Mein Herr, Sie sind heute Nacht in eine Räuberschenke geraten. Der Mann erschrak. Der Student zog ihn nun vollends in sein Zimmer, schloss die Tür und erzählte ihm, wie verdächtig es in diesem Hause zugehe. Der Jäger wurde sehr besorgt, nachdem er sich diesen Bericht angehört hatte. Er sagte dem jungen Mann, dass die Damen, eine Gräfin und ihre Kammerzufe eigentlich die ganze Nacht hätten durchfahren wollen. Aber eine halbe Stunde, bevor sie zu dieser Schenke gekommen seien, sei ihnen ein Reiter begegnet, der sie angerufen und gefragt habe, wohin sie reisen wollten. Als er gehört habe, dass sie die Absicht hätten, die ganze Nacht durch den Spessart zu fahren, habe er ihnen davon mit der Bemerkung abgeraten, dass es gerade zur Zeit in diesen Wäldern unsicher sei. Wenn ihnen am Rat eines redlichen Mannes etwas liegt, hatte er hinzugefügt, so lassen sie von diesem Gedanken ab, nicht weit von hier liegt eine Schenke. Auch wenn sie schlecht und unbequem ist, übernachten sie lieber dort, als dass sie sich in dieser dunklen Nacht unnötig einer Gefahr aussetzen. Der Mann, der ihnen diesen Rat gegeben habe, sei von ehrlichem Aussehen gewesen und die Gräfin, die nur noch Angst vor einem Raubüberfall bekommen hätte, habe befohlen, bei dieser Schenkel zu halten. Der Jäger hielt es nun für seine Pflicht, die Damen von der Gefahr, in der sie schwebten, zu unterrichten. Er ging in das andere Zimmer und bald darauf öffnete er die Tür, die von dem Zimmer der Gräfin in das des Studenten führte. Die Gräfin, eine Dame von ungefähr 40 Jahren, trat vor Schreckenbleich zu dem Studenten und ließ sich von ihm alles noch einmal wiederholen. Dann berieten sie, was man in einer solch schlimmen Lage tun könne. Sie beschlossen, möglichst unauffällig die zwei Bedienten, den Fuhrmann und den Handwerksburschen herbeizuholen, um im Fall eines Angriffs Verstärkung zu haben. Bald darauf waren alle versammelt. Das Zimmer der Gräfin wurde gegen den Hausflur hin verschlossen und mit Kommoden und Stühlen verrammelt. Sie setzte sich mit ihrer Kammerfrau aufs Bett und die zwei Bedienten hielten bei ihr Wache. Die übrigen setzten sich im Zimmer der Studenten um den Tisch und warteten ab, was geschehen würde. Es war jetzt etwa 10 Uhr und im Haus schien alles ruhig. Die Männer unterhielten sich eine ganze Weile, um nicht einzuschlafen. Da schlug plötzlich ein Hund an. Alle hielten den Atem an und horchten. Im selben Augenblick stürzte einer der Bedienten aus dem Zimmer der Gräfin und rief, dass mindestens zehn bis zwölf bewaffnete Männer von der Seite her auf die Schenke zukämen. Der Jäger griff nach seiner Büchse, der Student nach seiner Pistole, die Handwerksburschen nach ihren Stöcken und der Fuhrmann zog ein langes Messer aus der Tasche. So standen sie da und sahen sich ratlos an. Gehen wir zur Treppe, rief der Student. Zwei oder drei dieser Schurken sollen zumindest den Tod finden, bevor wir überwältigt werden. Er gab dem Zirkelschmied seine zweite Pistole und riet, dass sie nur einer nach dem anderen schießen sollten. Sie stellten sich an die Treppe. Auf der Seite neben dem Jäger stand der mutige Zirkelschmied und beugte sich über das Geländer. Er hielt die Mündung seiner Pistole auf die Mitte der Treppe. Der Goldschmied und der Fuhrmann standen hinter ihnen bereit, wenn es zu einem Kampf Mann gegen Mann kommen sollte. Einige Minuten rührte sich nichts. Schließlich hörte man die Haustür aufgehen. Sie glaubten, auch das Flüstern mehrerer Stimmen zu vernehmen. Jetzt hörte man Tritte, die sich der Treppe näherten. Einige Leute kamen die Stufen herauf. Auf der oberen Hälfte der Treppe erschienen drei Männer, die wohl kaum auf diesen Empfang gefasst waren. Als sie um den Pfeiler der Treppe kamen, rief der Jäger mit lauter Stimme, Halt, noch einen Schritt weiter und ihr seid des Todes. Spannt die Hähne, Freunde, und zielt gut. Die Räuber erschraken und zogen sich eilig zurück. Sie berieten sich mit den Übrigen. Nach einer Weile kam einer von ihnen zurück und sagte, Ihr Herren, es wäre töricht von euch, um sonst euer Leben aufzuopfern. Wir sind genug, um euch aufzureiben, aber wenn ihr euch zurückzieht, soll keinem von euch ein Leid geschehen. Wir wollen euch keinen Groschen abnehmen. Was wollt ihr denn sonst? rief der Student. Meint ihr, wir werden solch einem Gesindel trauen? Nehmen wir mehr. Wollt ihr etwas holen? Dann kommt, in Gottes Namen, aber dem Ersten, der sich um die Ecke wagt, brenne ich eins gegen die Stirne, so dass er gewiss auf ewig keine Kopfschmerzen mehr haben wird. Gebt uns gutwillig die Dame heraus, antwortete der Räuber. Es soll ihr nichts geschehen. Wir wollen sie an einen sicheren und bequemen Ort bringen. Ihre Leute können zurückreiten und den Herrn Grafen bitten, er möge sie mit 20.000 Golden auslösen. Solche Vorschläge sollen wir uns bieten lassen? Entgegnete der Jäger, der vor Wut mit den Zähnen knirschte. Er spannte den Hahn. Ich zähle bis drei, und wenn du dann da unten nicht weg bist, so drücke ich ab. Eins, zwei, Halt, schrie der Räuber mit donnernder Stimme. Ist das eine Art, auf einen wehrlosen Mann zu schießen? Vor allem, wenn er freundlich mit euch unterhandelt? Du dummer Kerl, auch wenn du mich totschießt, hast du nicht gerade eine Heldentat vollbracht. Hier unten stehen 20 meiner Kameraden, die mich rächen werden. Was nützt es dann deiner Frau Gräfin, wenn ihr tot oder verletzt auf dem Flur liegt? Glaube mir, wenn sie freiwillig mitgeht, soll sie gut und voll Achtung behandelt werden. Wenn du aber, wenn ich drei gezählt habe, dein Gewehr nicht wieder sicherst, so soll es ihr übel ergehen. Lass also den Hahn los. Eins, zwei, drei. Mit diesen Hunden ist nicht zu spaßen, flüsterte der Jäger. Er folgte dem Befehl des Räubers. Wahrhaftig, mir liegt nichts an meinem Leben, aber wenn ich einen niederschieße, könnten sie mit meiner Dame um so übler verfahren. Ich will die Gräfin um Rat fragen. Gebt uns, fuhr er mit lauter Stimme fort, gebt uns eine halbe Stunde Waffenstillstand, um die Gräfin vorzubereiten. Sie würde, wenn sie es so plötzlich erfährt, vor Schreck sterben. Zugestanden, erwiderte der Räuber und ließ den Ausgang der Treppe mit sechs Männern besetzen. Bestürzt und verwirrt folgten die unglücklichen Reisenden dem Jäger in das Zimmer der Gräfin. Man hatte so laut verhandelt, dass ihr kein Wort entgangen war. Sie war bleich und zitterte, aber sie war doch fest entschlossen, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Warum soll ich völlig nutzlos das Leben so vieler braver Leute aufs Spiel setzen, sagte sie. Warum euch zu einer vergeblichen Verteidigung auffordern, euch, die ihr mich gar nicht kennt. Nein, ich sehe ein, es gibt keine andere Möglichkeit, als den Elenden zu folgen. Alle waren von dem Mut, den die Dame in ihren Unglück zeigte, ergriffen. Der Jäger weinte und schwor, dass er diese Schmach nicht überleben werde. Der Student beklagte, dass er sechs Fuß groß war. Wäre ich nur einen halben Kopf kleiner, rief er, und hätte ich keinen Bart, so wüsste ich, was man tun könnte. Ich ließ sie mir von der Frau Gräfin Kleider geben und diese Elenden sollten erst später merken, dass sie getäuscht worden sind. Auch auf Felix hatte das Unglück dieser Frau großen Eindruck gemacht. Ihr ganzes Wesen kam ihm so rührend und bekannt vor, als sei es seine verstorbene Mutter, die sich in dieser schrecklichen Lage befände. Er fühlte sich so gehoben, so mutig, dass er gerne sein Leben für das Ihre gegeben hätte. Und als der Student diese Worte gesprochen hatte, dadurch fuhr ihn plötzlich ein Gedanke. Er vergaß alle Angst, alle Rücksichten, er dachte nur an die Rettung dieser Frau. Wenn es nur das ist, sagte er und trat schüchtern und errötend vor. Wenn nur ein kleiner Körper, ein bartloses Kinn und ein mutiges Herz dazu gehört, die gnädige Frau zu retten, so eigne ich mich vielleicht dazu. Zieht meinen Rock an, setzt meinen Hut auf euer schönes Haar und nehmt mein Bündel auf den Rücken und zieht als Felix, der Goldschmied, die Straße weiter. Alle waren erstaunt über den Mut des Jünglings. Der Jäger fiel ihm vor Freude um den Hals. Goldjunge, rief er, das würdest du tun? Willst du dich in die Kleider der gnädigen Frau stecken lassen, um sie so zu retten? Das hat dir Gott eingegeben. Aber du sollst nicht allein gehen. Ich will mich auch gefangen nehmen lassen. Ich bleibe an deiner Seite, als dein bester Freund und solange ich lebe, sollen sie dir nichts anhaben. Auch ich ziehe mit dir, so wahr ich lebe, rief der Student. Es kostete lange Überredung, um die Gräfin von diesem Vorschlag zu überzeugen. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ein fremder Mensch sich für sie aufopfern sollte. Sie dachte im Fall einer Entdeckung an die Rache der Räuber, die der Unglückliche allein zu tragen hätte. Schließlich siegten die Bitten des jungen Mannes und auch die Überzeugung, dass sie, wenn sie gerettet würde, alles aufbieten könnte, um ihren Retter wieder zu befreien. Sie willigte ein. Der Jäger und die übrigen Reisenden gingen mit Felix in das Zimmer des Studenten, wo er sich schnell einige Kleider der Gräfin überwarf. Der Jäger setzte ihm noch einige falsche Haarlocken der Kammerfrau und einen Damenhut auf. Alle versicherten, dass man ihn nicht erkennen würde. Selbst der Zirkelschmied schwor, dass er, wenn er ihn so auf der Straße begegnete, flink den Hut ziehen und nicht ahnen würde, dass er vor seinem mutigen Kameraden sein Kompliment mache. Die Gräfin hatte sich indes mit Hilfe ihrer Kammerfrau aus dem Ranzen des jungen Goldschmiedes mit Kleidern versehen. Der Hut, den sie tief in ihre Stirne gedrückt hatte, der Reisestock in der Hand und das etwas leichter gewordene Bündel auf dem Rücken machten sie völlig unerkenntlich. Die Reisenden hätten bei einer anderen Gelegenheit über diese komische Maskerade wahrscheinlich nicht wenig gelacht. Der neue Handwerksbursche dankte Felix mit Tränen in den Augen und versprach, ihm schleunigst Hilfe zu senden. Ich habe noch eine Bitte, antwortete Felix. In diesem Ranzen, den ihr auf dem Rücken tragt, befindet sich eine kleine Schachtel. Verwart diese sorgfältig. Wenn sie verloren ginge, wäre ich auf immer und ewig unglücklich. Ich muss sie meiner Pflegemutter bringen und Gottfrieds, der Jäger, weist den Weg zu meinem Schloss, entgegnete sie. Ihr sollt alles unbeschädigt zurückbekommen. Ich hoffe, ihr kommt selbst, edler junger Mann, um den Dank meines Gatten und auch den meinen entgegenzunehmen. Bevor Felix antworten konnte, hörte man von der Treppe her die rauen Stimmen der Räuber. Sie riefen, die Frist sei abgelaufen und alles sei zur Abfahrt der Gräfin bereit. Der Jäger ging hinunter und erklärte ihnen, dass er die Dame nicht verlassen werde und lieber mit ihr gehe, wohin es auch sei, als dass er vor seinem Herrn ohne seine Gebieterin erscheine. Auch der Student sagte, er wolle die Dame begleiten. Sie beratschlagten über diese neue Wendung der Dinge und gestatteten es endlich unter der Bedingung, dass der Jäger seine Waffen abgebe. Sie befahlen den übrigen Reisenden, sich ruhig zu verhalten, während sie die Gräfin abführten. Felix ließ den Schleier nieder, der an seinem Hut befestigt war und setzte sich in eine Ecke. Er hielt die Sterne in die Hand gestützt und in dieser Stellung eines Tiefbetrübten erwartete er die Räuber. Die Reisenden hatten sich in das andere Zimmer zurückgezogen, aber sie konnten alles, was vorging, überblicken. Der Jäger saß anscheinend traurig, aber alles genau beobachtend in der anderen Ecke des Zimmers, das die Gräfin gemietet hatte. Nach einigen Minuten ging die Tür auf und ein schöner, stattlich gekleideter Mann von etwa 35 Jahren trat in das Zimmer. Er trug eine Art von militärischer Uniform, einen Orden auf der Brust, einen langen Säbel an der Seite und er hielt in der einen Hand einen Hut, von dem lange Federn herabweilten. Zwei seiner Leute hatten gleich nach seinem Eintritt die Tür besetzt. Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu. Er schien vor einer Dame dieses Ranges doch etwas eingeschüchtert zu sein. Er setzte mehrere Male an, bis es ihm endlich gelang zu sprechen. »Gnädige Frau«, sagte er, »es gibt Fälle, in denen man sich mit Geduld schicken muss. Ein solcher ist der Eurige. Glaubt nicht, dass ich den Respekt vor einer solch vornehmen Dame auch nur einen Augenblick außer Acht lassen werde. Ihr werdet alle Bequemlichkeiten haben. Ihr werdet über nichts zu klagen haben, als vielleicht über den Schreck, den wir euch an diesem Abend zufügen mussten.« Er hielt inne, als erwartete er eine Antwort. Aber als Felix beharrlich schwieg, fuhr er fort, »Seht in mir keinen gemeinen Dieb, keinen Halsabschneider. Ich bin ein unglücklicher Mann, den widrige Umstände zu diesem Leben zwangen. Wir wollen uns für immer aus dieser Gegend entfernen, aber wir brauchen dazu Reisegeld. Es wäre für uns leicht gewesen, Kaufleute oder Postwagen zu überfallen. Aber dann hätten wir mehrere Leute auf immer ins Unglück stürzen müssen. Der Herr Graf, euer Gemahl, hat vor sechs Wochen eine Erbschaft von 500.000 Talern gemacht. Wir erbitten uns von diesem Reichtum 20.000 Gulden, das ist doch gewiss eine gerechte und bescheidene Forderung. Ihr werdet daher die Güte haben, jetzt zugleich einen offenen Brief an euren Herrn Gemahl zu schreiben, worin ihr ihm meldet, dass ihr die Zahlung so bald wie möglich leisten möge, widrigenfalls, ihr versteht mich, wir müssten dann etwas härter mit euch verfahren. Die Summe wird nicht angenommen, wenn sie nicht unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit von einem einzelnen Mann hierher gebracht wird. Die Szene wurde mit angespannten Aufmerksamkeit von den Gästen im Nebenzimmer am ängstlichsten wohl von der Gräfin beobachtet. Sie fürchtete, der Jüngling, der sich für sie geopfert hatte, könnte sich jeden Augenblick verraten. Sie war fest entschlossen, ihn um jeden Preis loszukaufen. Aber ebenso fest stand ihr Entschluss, um keinen Preis der Welt auch nur einen Schritt weit mit den Räubern zu gehen. Sie hatte in der Rocktasche des Goldschmiedes ein Messer gefunden. Sie hielt es geöffnet, krampfhaft in der Hand, bereit, lieber sich selbst zu töten, als sonst eine Schmach zu erdulden. Aber Felix war nicht minder ängstlich. Der Gedanke, dass es eine männliche Tat war, einer bedrängten, hilflosen Frau beizustehen, stärkte und tröstete ihn etwas, aber er fürchtete, sich durch jede Bewegung und vor allem durch seine Stimme zu verraten. Seine Angst steigerte sich, als der Räuber von einem Brief sprach, den er schreiben solle. Wie sollte er schreiben, welchen Titel dem Grafen geben, welche Form dem Brief, ohne sich zu verraten? Seine Angst steigerte sich aufs Höchste, als der Anführer der Räuber Papier und Feder vor ihn hinlegte und ihn bat, den Schleier zurückzuschlagen und zu schreiben. Felix wusste nicht, wie hübsch ihm die Tracht stand. Wenn er es geahnt hätte, wäre seine Furcht vor der Entdeckung gewichen. Als er endlich den Schleier zurückschlug, schien der Herr in Uniform von der jugendlichen Schönheit der Dame betroffen zu sein. Er betrachtete ihre etwas männlichen, mutigen Züge mit noch mehr Ehrfurcht. Dem Blick des Goldschmieds entging das nicht. Er war beruhigt, dass zumindest in diesem Augenblick noch keine Entdeckung zu befürchten sei. So ergriff er die Feder und schrieb an seinen angeblichen Gemahl in einer Art, wie er es einmal in einem Buch gelesen hatte. Mein Herr und Gemahl, ich unglückliche Frau bin auf meiner Reise mitten in der Nacht plötzlich angehalten worden und zwar von Leuten, welchen ich keine gute Absicht zutrauen kann. Sie werden mich so lange zurückhalten, bis Sie, Herr Graf, die Summe von 20.000 Gulden für mich niedergelegt haben. Die Bedingung ist dabei, dass Sie sich nicht im Mindesten über die Sache bei der Obrigkeit beschweren, noch um deren Hilfe nachsuchen und dass Sie das Geld durch einen einzigen Mann in die Waldschänke im Spessart schicken. Widrigenfalls wird mir mit längerer und harter Gefangenschaft gedroht. Es fleht um Ihre schleunige Hilfe an, Ihre unglückliche Gemahlin. Er reichte diesen merkwürdigen Brief an den Anführer der Räuber, der ihn durchlas und billigte. Es kommt nun ganz auf Eure Bestimmung an, sagte dieser, ob Ihr Eure Kammerfrau oder Euren Jäger als Begleitung wählt. Eine dieser Personen werde ich mit dem Brief an Euren Herrn Gemahl zurückschicken. Der Jäger und dieser Herr werden mich begleiten, antwortete Felix. Gut, entgegnete der Räuber. Er ging zur Tür und rief nach der Kammerfrau. Unterrichte diese Frau, was sie zu tun hat. Die Kammerfrau erschien mit Zittern und Beben. Auch Felix wurde wieder blass bei dem Gedanken, wie leicht er sich jetzt auch wieder verraten könnte. Doch ein unbegreiflicher Mut, der schon vorher über ihn gekommen war, gab ihm auch jetzt seine Rede ein. Ich habe dir nichts weiter aufzutragen, sprach er. Bitte nur den Grafen, mich so bald wie möglich aus dieser unglücklichen Lage zu befreien. Und, fuhr der Räuber fort, empfehlt dem Herrn Grafen, eindringlich. Er solle unbedingtes Schweigen bewahren und nichts gegen uns unternehmen, bevor sich seine Gemahlin nicht wieder unter seiner Obhut befinde. Unsere Kundschafter werden uns über alles unterrichten und ich möchte für nichts einstehen, wenn man unsere Bedingungen nicht befolgt. Die zitternde Kammerfrau versprach alles. Es wurde ihr noch befohlen, einige Kleidungsstücke und Leinenzeug für die Frau Gräfin in ein Bündel zu packen, da man sich nicht mit viel Gepäck belasten könne. Als dies geschehen war, forderte der Anführer der Räuber die Dame mit einer Verbeugung auf, ihm zu folgen. Felix stand auf, der Jäger und der Student gingen hinter ihm her und die drei stiegen, begleitet von dem Anführer der Räuber, die Treppe hinab. Vor der Waldschenke standen viele Pferde. Eines wurde dem Jäger zugewiesen, ein anderes, ein schönes kleines Tier, mit einem Damensattel versehen, stand für die Gräfin bereit, ein Drittes gab man dem Studenten. Der Hauptmann hob den jungen Goldschmied in den Sattel und schnallte ihn fest. Dann bestieg er selbst sein Ross. Er stellte sich zur Rechten der Dame auf, zu ihrer Linken war ein anderer Räuber zu Pferd. Ebenso wurden der Jäger und der Student bewacht. Als auch die übrige Bande aufgesessen hatte, gab der Anführer mit einer helltönenden Pfeife das Zeichen zum Aufbruch und bald war die ganze Schar im Wald verschwunden. Die Gesellschaft, die im oberen Zimmer versammelt war, erholte sich erst allmählich nach diesem Auftritt von ihrem Schrecken. Sie wäre, wie es nach der Abwendung eines großen Unglücks oder einer plötzlichen Gefahr meist zu geschehen pflegt, vielleicht sogar heiter gewesen, wenn sie nicht der Gedanke an ihre drei Gefährten, die man vor ihren Augen weggeführt hatte, beschäftigt hätte. Alle sprachen voll Bewunderung über den jungen Goldschmied und die Gräfin vergoss Tränen der Rührung, als sie daran dachte, dass sie einem Menschen so unendlich viel zu verdanken habe, dem sie nie zuvor Gutes getan hatte, ja, den sie nicht einmal kenne. Es war für alle ein Trost, dass der heldenmütige Jäger und der tapfere Student ihn begleitet hatten. Sie konnten ihn trösten, wenn der junge Mann sich unglücklich fühlte. Und es kam ihnen auch der Gedanke, dass der verschlagene Jäger vielleicht ein Mittel zur Flucht finden könne. Sie redeten noch lange darüber, was als erstes zu tun sei. Die Gräfin beschloss, sogleich zu ihrem Gemahl zurückzureisen und alles zu tun, um den Aufenthaltsort der Gefangenen zu entdecken und sie zu befreien. Der Fuhrmann versprach, nach Aschaffenburg zu reiten und die Gerichte zur Verfolgung der Räuber anzurufen. Der Zirkelschmied aber wollte seine Reise fortsetzen. Die Reisenden hatten nun eine ruhige Nacht. In der Waldschänke herrschte Totenstille. Nichts deutete darauf hin, dass sie noch vor kurzem Schauplatz einer so schrecklichen Szene gewesen war. Als am Morgen die Bedienten der Gräfin zur Wirtin hinunter gingen, um alles zur Abfahrt fertig zu machen, kehrten sie schnell zurück und berichteten, dass sie die Wirtin und ihr Gesinde gefesselt und gebunden und um Beistand flehend in der Wirtsstube aufgefunden hätten. Die Reisenden sahen sich bei dieser Nachricht erstaunt an. Wie? rief der Zirkelschmied. Sollten diese Leute tatsächlich unschuldig sein? Haben wir ihnen Unrecht getan? Waren sie doch nicht im Einverständnis mit den Räubern? Ich lasse mich aufhängen, erwiderte der Fuhrmann, wenn wir nicht trotzdem Recht hatten. Dies ist doch alles Betrug, damit man sie nicht beschuldigen kann. Erinnert ihr euch nicht an die verdächtigen Minen in dieser Wirtschaft? Erinnert ihr euch nicht, wie mich der abgerechtete Hund festhielt, als ich hinuntergehen wollte und die Wirtin und der Hausknecht gleichzeitig erschienen und mörrisch fragten, was ich noch zu tun hätte? Aber es war doch ein Glück für uns und vor allem für die Frau Gräfin, dass sie sich so verdächtig gemacht haben. Wenn es in der Schenke nicht so sonderbar zugegangen wäre, wenn uns die Wirtin nicht so misstrauisch gemacht hätte, wären wir nicht beisammen geblieben. Wir hätten nicht gewacht, die Räuber hätten uns im Schlaf überfallen oder sie hätten zumindest unsere Türen bewacht und die Täuschung durch diesen trafen jungen Burschen wäre nie möglich gewesen. Alle stimmten dem Fuhrmann zu und sie beschlossen, die Wirtin und ihr Gesinde auch bei der Obrigkeit anzuzeigen. Aber sie sollten sich sicher fühlen und deshalb wollten sie sich jetzt nichts anmerken lassen. Die Bedienten und der Fuhrmann gingen hinunter in den Schankraum und lösten die Bande der Diebeshehler. Sie bemühten sich, so mitleidig und bedauernd wie nur möglich zu erscheinen. Um ihre Gäste zu versöhnen, machte die Wirtin nur eine kleine Rechnung für jeden und lud sie ein, recht bald wiederzukommen. Der Fuhrmann zahlte seine Zeche, nahm von seinen Leidensgefährten Abschied und fuhr weiter. Nach ihm machten sich die beiden Handwerksburschen auf den Weg. Das Bündel des Goldschmieds war zwar leicht, aber doch drückte es auf die zarte Schulter der Dame. Es wurde ihr schwer ums Herz, als ihr die Wirtin ihre verbrecherische Hand entgegenstreckte, um Abschied zu nehmen. »Nein, wie jung ihr doch seid!« rief dieser bei dem Anblick des zarten Jungen. »Noch so jung und geht schon in die Welt hinaus? Euch hat bestimmt euer Meister aus der Werkstatt gejagt, weil ihr schon so verdorben seid. »Nun, was geht es mich an? Kommt wieder in mein Haus bei eurer Heimfahrt. Glückliche Reise!« Die Gräfin wagte vor Angst nicht zu antworten. Sie fürchtete, sich durch ihre zarte Stimme zu verraten. Der Zirkelschmied merkte das. Er nahm seine Gefährten unter dem Arm, sagte der Wirtin Ade und stimmte ein lustiges Lied an, während sie dem Wald zuschritten. »Jetzt bin ich in Sicherheit!« rief die Gräfin, als sie etwa hundert Schritte entfernt waren. »Ich fürchtete immer noch, die Frau würde mich erkennen und durch ihre Knechte festnehmen lassen. Oh, wie soll ich euch allen danken? Kommt auch ihr auf mein Schloss, ihr müsst auch euren Reisegenossen bei mir wieder abholen.« Der Zirkelschmied sagte zu und während sie noch sprachen, kam ihnen der Wagen der Gräfin mit ihrer Kammerfrau nachgefahren. Schnell wurde die Tür geöffnet, die Dame schlüpfte hinein, sie grüßte den jungen Handwerksburschen noch einmal und der Wagen fuhr weiter. Um dieselbe Zeit hatten die Räuber und ihre Gefangenen den Lagerplatz der Bande erreicht. Sie waren durch eine unangenehme Waldstraße in schnellem Trab weggeritten. Mit ihren Gefangenen wechselten sie kein Wort. Untereinander flüsterten sie zuweilen, wenn sich die Richtung des Weges veränderte. Vor einer tiefen Waldschlucht machte man schließlich Halt. Die Räuber saßen ab und ihr Anführer hob den Goldarbeiter vom Pferd. Er entschuldigte sich für den harten und eiligen Ritt und fragte, ob die gnädige Frau davon sehr angegriffen sei. Felix antwortete mit einer so zarten Stimme wie nur möglich, dass er sich nach Ruhe sehne und der Hauptmann bot ihm den Arm an und führte sie in die Schlucht. Es ging einen sehr steilen Abhang hinab. Der Fußpfad, der hinunterführte, war so schmal und abschüssig, dass der Anführer seine Dame oft stützen musste, sonst wäre sie ausgeglitten. Schließlich langte man unten an. Felix sah beim Mattenschein des anbrechenden Morgens ein enges, kleines Tal vor sich, das tief in einem Kessel steil hinanstreben der Felsen lag. Etwa sechs bis acht kleine Hütten waren in dieser Schlucht aus Brettern und gefällten Bäumen aufgebaut. Einige schmutzige Weiber schauten neugierig aus ihnen heraus und ein Rudel von zwölf großen Hunden und ihren unzähligen Jungen sprang heulend und bellend den Ankommenden entgegen. Der Hauptmann führte die vermeintliche Gräfin in die Beste dieser Hütten und sagte ihr, sie sei zu ihrer ausschließlichen Verfügung. Auf Felix Verlangen erlaubte er, dass der Jäger und der Student zu ihm gelassen wurden. Die Hütte war mit Rehfällen und Matten ausgelegt, die auf dem Fußboden zum Sitzen dienten. Einige holzgeschnitzte Krüge und Schüsseln, eine alte Jagdflinte und in der hintersten Ecke ein Lager aus ein paar Brettern gezimmert und mit Wolldecken bedeckt, das man kaum ein Bett nennen konnte, waren die Ausstattung dieses gräflichen Palastes. Jetzt erst alleingelassen in dieser elenden Hütte hatten die drei Gefangenen Zeit über ihre Lage nachzudenken. Felix bereute seine edle Tat in keinem Augenblick, aber er fürchtete doch eine Entdeckung des Betrugs. Er wollte seinen Gefühlen in lauten Klagen Luft machen, aber der Jäger rückte näher zu ihm und flüsterte ihm zu. Sei um Gottes Willen still, lieber Junge. Glaubst du denn nicht, dass man uns belauscht? Aus jedem Wort, aus dem Ton deiner Sprache können sie Verdacht schöpfen, setzte der Student hinzu. Dem armen Felix blieb nichts übrig, als still zu weinen. Glaub mir, Herr Jäger, sagte er, ich weine nicht aus Angst vor diesen Räubern oder als Furcht vor meinem Leben in dieser elenden Hütte. Nein, es ist und ich bin für immer verloren. Aber wieso denn, was ängstigt dich so, fragte der Jäger, der sich über das Benehmen des jungen Mannes wunderte. Vorher war er doch so mutig und stark erschienen. Hört mir zu und ihr werdet mich verstehen, antwortete Felix. Mein Vater war ein geschickter Goldarbeiter in Nürnberg und meine Mutter hatte früher als Kammerfrau einer vornehmen Dame gedient. Als sie meinen Vater heiratete, wurde sie von der Gräfin, bei welcher sie in Stellung gewesen war, großzügig mit einer Aussteuer versehen. Die Dame blieb meinen Eltern immer gewogen und als ich auf die Welt kam, wurde sie meine Patin und beschenkte mich reichlich. Und als meine Eltern bald nacheinander an einer Seuche starben und ich ganz allein und verlassen in der Welt stand und ins Waisenhaus gebracht werden sollte, da hörte meine Patin von dem Unglück. Sie meines Vaters lernen wollte. Ich war sehr froh über diesen Vorschlag und sagte zu und so gab sie mich bei einem Meister in die Lehre. Ich stellte mich bei der Arbeit geschickt an und brachte es bald so weit, dass mir der Lehrbrief ausgestellt wurde und ich mich zur Wanderschaft rüsten konnte. Dies schrieb ich meiner Frau Patin und sie antwortete mir gleich, dass sie mir Geld zur Wanderschaft geben wolle. Außerdem schickte sie mir ein paar prachtvolle Steine und verlangte, dass ich sie zu einem schönen Geschmeide verarbeiten sollte. Ich sollte es ihr als Probe meines Könnens selbst überbringen und dabei das Reisegeld in Empfang nehmen. Ich habe meine Frau Patin nie im Leben gesehen. Ihr könnt euch denken, wie ich mich auf sie freute. Tag und Nacht arbeitete ich an dem Schmuck, er wurde so schön und kunstvoll, dass selbst der Meister darüber staunte. Als er fertig war, packte ich alles sorgfältig in meinen Ranzen, nahm Abschied von meinem Meister und wanderte zu dem Schloss der Frau Patin. Da kamen diese schändlichen Menschen und zerstörten all meine Hoffnungen. Denn wenn eure Frau Gräfin den Schmuck verliert oder darauf vergisst, was sie ihr sagte und das schäbige Ränzlein wegwirft, wie soll ich dann vor meine gnädige Frau Patin treten? Wie soll ich mich ihr gegenüber ausweisen? Wie soll ich die Steine ersetzen? Und mein Reisegeld ist auch verloren und ich bin in ihren Augen ein undankbarer Mensch, der anvertrautes Gut leicht weggibt. Und wird sie mir glauben, wenn ich ihr die ganzen Umstände erzähle? Über das Letztere brauchst sie dir keine Gedanken zu machen, erwiderte der Jäger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Schmuck bei der Frau Gräfin verloren gehen kann. Und wenn auch, so wird sie ihn mit ihrem Retter erstatten und ihm eine Bestätigung über diese Vorfälle mitgeben. Wir verlassen dich jetzt für ein paar Stunden, denn wir brauchen alle Schlaf und nach den Anstrengungen dieser Nacht wirst du ihn auch nötig haben. Später wollen wir im Gespräch unser Unglück vergessen oder noch besser an unsere Flucht denken. Sie gingen. Felix blieb allein zurück und versuchte dem Rat des Jägers zu folgen. Als nach einigen Stunden der Jäger mit dem Studenten zurück kam, fand er seinen jungen Freund beruhigter und zuversichtlicher als vorher. Er erzählte dem Goldschmied, dass sie in den anderen Hütten gesehen hatten, der gnädigen Frau Gräfin Kaffee bringen und ihr ihre Dienste anbieten. Sie beschlossen, diese Gefälligkeit nicht anzunehmen, um ungestört zu sein, und als das alte, hässliche Zigeunerweib kam, das Frühstück vorsetzte und mit grinsender Freundlichkeit fragte, ob es nicht sonst noch zu Diensten sein könne, winkte ihm Felix zu gehen. Als die alte zögerte, scheuchte sie der Jäger aus der Hütte. Der Student erzählte, was sie im Lager der Räuber alles gesehen hätten. Die Hütte, die ihr bewohnt, schönste Frau Gräfin, scheint ursprünglich für den Hauptmann bestimmt. Sie ist nicht so geräumig, aber dafür schöner als die übrigen. Außer dieser sind noch sechs andere da, in denen die Weiber und Kinder wohnen. Von den Räubern sind selten mehr als sechs zu Hause. Einer steht nicht weit von dieser Hütte entfernt wache, der andere unten am Weg in der Höhe und ein dritter Posten lauert oben am Eingang der Schlucht. Alle zwei Stunden werden sie von den anderen dreien abgelöst. Jeder hat überdies zwei große Hunde neben sich liegen und die sind so wachsam, dass man keinen Fuß aus der Hütte setzen kann, ohne dass sie anschlagen. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass wir uns durchstehen können. Macht mich nicht weiter traurig, ich bin nach dem Schlaf mutiger geworden, entgegnete Felix, gebt nicht alle Hoffnung auf, wenn ihr unseren Untergang fürchtet, wollen wir lieber von etwas anderem reden. Es mochten schon etwa fünf Tage vergangen sein und Felix, der Jäger und der Student wurden immer noch von den Räubern gefangen gehalten. Zwar wurden sie vom Hauptmann und seinen Untergebenen gut behandelt, aber dennoch sehnten sie sich nach Befreiung. Je mehr die Zeit fortschritt, desto größer wurde ihre Angst vor einer Entdeckung. Am Abend des fünften Tages erklärte der Jäger seinen Leitgenossen, dass er entschlossen sei, in dieser Nacht auszubrechen und wenn es ihm auch das Leben kosten sollte. Er ermunterte seine Gefährten, mit ihm zu kommen und legte einen Plan vor, wie sie ihre Flucht ins Werk setzen könnten. Den, der uns zunächst steht, nehme ich auf mich. Es ist Notwehr und Not kennt kein Gebot, er muss sterben. Sterben? rief Felix entsetzt, ihr wollt ihn totsschlagen? Dazu bin ich fest entschlossen, wenn es darauf ankommt, zwei Menschenleben zu retten. Ihr müsst wissen, dass ich die Räuber mit besorgter Miene habe flüstern hören, im Wald seinen Streifen unterwegs, die sie suchten, und die alten Weiber verrieten in ihrem Zorn die böse Absicht der Bande. Sie schimpften auf uns und gaben zu verstehen, dass wir, wenn die Räuber angegriffen würden, gnadenlos sterben müssten. Gott im Himmel, schrie der Jüngling entsetzt und verbarg sein Gesicht in den Händen. Noch haben sie uns das Messer nicht an die Kehle gesetzt, fuhr der Jäger fort. Darum wollen wir ihnen zuvorkommen. Wenn es dunkel wird, schleiche ich auf die nächste Wache zu. Sie wird mich anrufen. Ich werde ihr zuflüstern, die Gräfin sei plötzlich sehr krank geworden und wenn er sich dann umsieht, stoße ich ihn nieder. Dann hole ich euch und der zweite kann uns ebenso wenig entgehen. Beim dritten haben wir dann zu dritt ein leichtes Spiel. Der Jäger sah bei diesen Worten so schrecklich aus, dass Felix sich vor ihm fürchtete. Er wollte ihn überreden, von diesem blutigen Plan abzusehen, als die Tür der Hütte leise aufging und eine Gestalt rasch hereinschlüpfte. Es war der Hauptmann. Vorsichtig schloss er zu und winkte den drei Gefangenen, sich ruhig zu verhalten. Er setzte sich neben Felix und sprach, Frau Gräfin, ihr seid in einer schlimmen Lage, euer Herr Gemahl hat nicht Wort gehalten. Er hat kein Lösegeld geschickt, sondern er hat die Regierung verständigt. Bewaffnete Mannschaften durch kämmenden Wald, um mich und meine Leute auszuheben. Ich habe eurem Gemahl gedroht, euch zu töten, wenn er Miene macht, uns anzugreifen. Doch es muss ihm entweder an eurem Leben wenig liegen oder er traut unseren Schwüren nicht. Euer Leben ist in unserer Hand. Es ist nach unseren Gesetzen verwirkt. Was wollt ihr dagegen einwenden? Bestürzt blickten die Gefangenen zu Boden. Sie wussten keine Antwort. Felix war sich völlig im Klaren darüber, dass ihn das Geständnis über seine Verkleidung in eine noch größere Gefahr bringen würde. Es ist mir unmöglich, fuhr der Hauptmann fort, eine Dame, die meine vollkommene Achtung hat, einem solchen Schicksal auszuliefern. Darum will ich euch einen Vorschlag zur Rettung machen. Es ist der einzige Ausweg, der euch noch bleibt. Ich will mit euch fliehen. Erstaunt, überrascht, blickten ihn die drei an. Aber er sprach weiter. Die Mehrzahl meiner Leute will nach Italien ziehen und sich mit einer sehr bekannten Bande vereinigen. Ich für meinen Teil will unter keinem anderen dienen und werde nicht mit ihnen gehen. Wenn ihr, Frau Gräfin, mir euer Wort gebt, euch für mich zu verwenden, eure einflussreichen Verbindungen zu meinem Schutz anzuwenden, so kann ich euch befreien, ehe es zu spät ist. Felix schwieg verlegen. Sein redliches Herz sträubte sich den Mann, der ihn retten wollte, wissentlich einer Gefahr auszusetzen, vor der er ihn später nicht schützen konnte. Als er immer noch schwieg, fuhr der Hauptmann fort. Man sucht gegenwärtig überall Soldaten. Ich will mich mit dem geringsten Dienst zufrieden geben. Ich weiß, dass ihr viel tun könnt, aber ich will von euch nichts weiter als euer Versprechen, mir in dieser Sache behilflich zu sein. Nun denn, antwortete Felix mit niedergeschlagenen Augen, ich verspreche euch alles, was ich tun kann, was in meinen Kräften steht, zu unternehmen, um euch zu helfen. Es ist für mich ein Trost, dass ihr euch freiwillig von dem Räuberleben trennen wollt. Gerührt küsste der Hauptmann die Hand dieser gütigen Dame. Er flüsterte ihr zu, sich zwei Stunden nach Einbruch der Nacht bereit zu halten und verließ dann ebenso vorsichtig, wie er gekommen war, die Hütte. Die Gefangenen atmeten freier, als er gegangen war. Wahrlich, rief der Jäger, den hat uns Gott zur richtigen Zeit geschickt. Auf welch wunderbare Weise werden wir errettet. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass in der Welt noch so etwas geschehen könnte und dass ich ein solches Abenteuer erleben würde. Wunderbar allerdings, erwiderte Felix, aber war es auch richtig von mir, den Mann zu betrügen? Was kann ihm mein Schutz nützen? Sagt selbst, Jäger, lockere ich ihn nicht an den Galgen, wenn ich ihm gestehe, wer bin? Warum habt ihr solche Skrupel, lieber Junge, entgegnete der Student, nachdem ihr doch eure Rolle so meisterhaft gespielt hat, nein, darüber dürft ihr euch keine Gedanken machen, das ist nichts anderes als erlaubte Notwehr. Er hat ja das Verbrechen begangen, eine angesehene Frau einfach von der Straße zu entführen. Wärt ihr nicht gewesen, wer weiß, wie es der Gräfin jetzt erginge. Nein, ihr habt kein Unrecht getan. Übrigens glaube ich, dass es ihm die Gerichte hoch anrechnen werden, wenn er das Haupt dieses Gesindels sich selbst stellt. Dieser letzte Gedanke tröstete den jungen Goldschmied. Schwankend zwischen Freude und Sorge, ob der Plan gelingen werde, verbrachten sie die nächsten Stunden. Es war schon dunkel, als der Hauptmann auf einen Augenblick in die Hütte trat und ein Bündel Kleider brachte. Frau Greifin, um unsere Flucht zu erleichtern, müsst ihr Männerkleider tragen. Macht euch fertig, in einer Stunde treten wir den Marsch an. Er verließ die Gefangenen wieder und der Jäger hatte Mühe, nicht laut herauszulachen. Das wäre nun die zweite Verkleidung, rief er, und ich möchte wetten, diese steht euch noch besser als die erste. Sie öffneten das Bündel und fanden einen hübschen Jagdanzug mit allem Zubehör, der Felix vortrefflich passte. Nachdem er sich umgezogen hatte, wollte der Jäger die Kleider der Gräfin in eine Ecke der Hütte werfen, aber Felix ließ das nicht zu. Er legte sie zusammen und band sie in ein kleines Bündel. Er sagte, er wolle die Gräfin bitten, sie ihm zu schenken, man ihm abgenommen hatte und ein Pulverhorn. Auch dem Studenten gab er eine Flinte. Felix reichte er den Hirschfänger mit der Bitte, ihn für den Notfall umzuhängen. Es war ein Glück für die drei, dass es sehr dunkel war. Sonst hätte das Aufleuchten in Felix Augen, als er die Waffe entgegen nahm, ihn leicht verraten können. Als sie vorsichtig aus der Hütte getreten den gewöhnlichen Pfad ein, der aus der Schlucht in den Wald hinaufführte, sondern er näherte sich einem Felsen, der ganz senkrecht und, wie es scheint, unzugänglich vor ihnen lag. Als sie dort angekommen waren, machte der Hauptmann auf eine Strickleiter aufmerksam, die an dem Felsen gespannt war. Er warf seine Büchse auf den Rücken und begann mit dem Aufstieg. Dann rief er der Pfad, sagte der Hauptmann, führ zur Straße nach Aschaffenburg. Dahin wollen wir, denn ich habe erfahren, dass sich ihr Gemahl, der Graf, zur Zeit dort aufhält. Schweigend zogen sie weiter. Der Räuber blieb an der Spitze und die drei hielten sich dicht hinter ihm. Nach drei Stunden blieben sie stehen. Der Hauptmann lud Felix ein, sich auf einen Baumstamm zu setzen, um auszuruhen. Er brachte Brot und eine Feldflasche mit altem Wein zum Vorschein und bot den Übermüdeten davon an. Ich glaube, wir werden innerhalb einer Stunde auf den Kordon stoßen, den das Militär durch den Wald gezogen hat. Ich bitte sie, mit dem Anführer der Soldaten zu sprechen und für mich ein gutes Wort einzulegen. Felix sagte das zu, obwohl er sich von seiner Fürsprache wenig Erfolg versprach. Sie ruhten sich etwa eine halbe Stunde aus, dann brachen sie wieder auf. Sie mochten etwa eine Stunde gegangen sein, dann näherten sie sich der Landstraße. Der Tag kam herauf und die Dämmerung verbreitete sich im Wald, als sie plötzlich durch ein lautes HALT! STEHT! angehalten worden. Sie blieben stehen und fünf Soldaten näherten sich und bedeuteten Als sie weitere fünfzig Schritte gegangen waren, sahen sie links und rechts im Gebüsch Gewehre aufblitzen. Eine große Schar schien den Wald besetzt zu haben. Der Major saß mit weiteren Offizieren und anderen Männern unter einer Eiche. Als die Gefangenen zu ihm gebracht wurden und er eben anfangen wollte, sie über das Woher und Wohin zu befragen, sprang einer der Männer auf und rief Mein Gott, kann das wahr sein? Das ist der Gottfried unser Jäger! Jawohl, Herr Amtmann, antwortete der Jäger und Freude schwang in seiner Stimme mit. Da bin ich wunderbar gerettet aus der Hand dieses Gesindels! Die Offiziere waren erstaunt, ihn hier zu sehen. Der Jäger rief den Amtmann und den Major zur Seite und erzählte in kurzen Worten, wie sie errettet worden seien und wer der Vierte sei, der sie begleitete. Der Major war über diese Nachricht erfreut und er traf sofort die nötigen Anordnungen, um diesen wichtigen Gefangenen weiter zu transportieren. Den jungen Goldschmidt führte er zu seinem Kameraden und stellte ihn als den heldenhaften Jüngling vor, der durch seinen Mut und seine Geistes Gegenwart die Gräfin gerettet habe. Felix musste viele Hände schütteln. Sie konnten gar nicht genug von seinem und seiner Kameradenschicksal hören. Inzwischen war es völlig Tag geworden. Der Major beschloss, die Befreiten selbst in die Stadt zu begleiten. Er ging mit ihnen und dem Amtmann der Gräfin in das nächste Dorf, wo sein Wagen stand. Dort musste sich Felix zu ihm in den Wagen setzen. Der Jäger, der Student, der Amtmann und viele andere Leute ritten vor und hinter ihnen und so zogen sie im Triumph auf die Stadt zu. Wie ein Lauffeuer hatte sich das Gerücht von dem Überfall in der Waldschänke und von der Aufopferung des jungen Goldschmieds in der Gegend verbreitet und ebenso rasch ging jetzt die Kunde von seiner Befreiung von Mund zu Mund. Es war daher nicht verwunderlich dass in der Stadt die Straßen dicht gedrängt von Menschen waren die den jungen Helden sehen wollten. Alles schob sich heran als der Wagen langsam hereinfuhr. Das ist er riefen sie seht ihr ihn dort im Wagen neben dem Offizier es lebe der tapfere junge Goldschmied ein tausendstimmiges hoch erfüllte die Luft. Felix war beschämt und gerührt von den Ovationen der Menge aber es stand ihm noch ein ehrenvoller Empfang im Rathaus bevor. Ein Mann von mittleren Jahren vor ihm gekleidet empfing ihn an der Treppe und umarmte ihn mit Tränen in den Augen. Wie kann ich es dir vergelten mein Sohn rief er du hast mir viel gegeben als ich nahe dran war unendlich viel zu verlieren du hast mir die Gattin und meinen Kindern die Mutter gerettet denn ihr zartes Leben hätte die Schrecken einer solchen Gefangenschaft nie ertragen Es war der Gemahl der Gräfin der diese Worte sprach So sehr sich Felix auch sträubte einen Lohn für seine Aufopferung zu nennen so unerbittlich schien der Graf darauf zu bestehen Da fiel dem Jüngling das unglückliche Schicksal des Räuberhauptmanns ein Er Erzählte wie er sie gerettet und wie diese Hilfe eigentlich der Gräfin gegolten habe Der Graf war gerührt Nicht nur die Handlungsweise des Hauptmanns ging ihm nahe sondern auch die Uneigennützigkeit die Felix wieder unter Beweis stellte da er nicht für sich selbst sondern für jenen bat Er versprach alles zu tun was in seiner Macht stünde um den Räuber zu erretten Am selben Tage brachen der Graf der Jäger und der junge Goldschmied zu dem Schloss auf wo die Gräfin immer noch besorgt um das Schicksal des jungen Mannes der sich für sie geopfert hatte voll Sehnsucht auf eine Nachricht wartete Zu ihrer unbeschreiblichen Freude trat nun ihr Gemahl ihren Retter an der Hand in ihr Zimmer sie fragte den jungen Mann über alles aus und dankte ihm immer wieder für seinen Mut und seine Tapferkeit sie rief ihre Kinder herbei und zeigte ihnen den Jüngling dem ihre Mutter so unendlich viel verdankte und die Kleinen fassten nach seinen Händen und versicherten ihm auf ihre kindliche Weise dass er für sie nach Vater und Mutter der liebste Mensch auf Erben sei das war für Felix die schönste Entschädigung für den Kummer und die der bald darauf die Kleider und den wohlbekannten Ranzen brachte die Felix der Gräfin in der Waldschenke überlassen hatte hier ist alles sagte sie und ein gütiges lächeln umspielte dabei ihren mund was ihr mir in jenem furchtbaren Augenblick gegeben habt es ist der Zauber womit ihr mich umhüllt habt um meine Verfolger mit Blindheit zu schlagen es steht wieder zu eurer Verfügung die Räuber als Lösegeld für mich bestimmten Felix erschrak über dieses großzügige Geschenk er sträubte sich für etwas das er freiwillig getan hatte einen Lohn anzunehmen gnädige Frau sagte er ich möchte das nicht die Kleider sollen euch gehören wie ihr es wünscht aber die Summe von der ihr gesprochen habt kann ich nicht annehmen wenn ihr mich belohnen wollt so erhaltet mir eure Gnade statt mir Geld anzubieten wenn ich je in die Lage kommen sollte von euch Hilfe erbitten zu müssen so sollte gewiss sein dass ich mich an euch wenden werde sie versucht noch lange den jungen Mann zu überreden aber vergebens die Gräfin und ihr Gemahl gaben schließlich nach und schon wollte der Diener die Kleider und den Ranzen wieder weg bringen da erinnerte sich Felix an das Geschmeide das er vor lauter Freude ganz vergessen hatte halt rief er glädige Frau erlaubt dass ich noch etwas aus meinem Ranzen nehme das übrige gehört dann ganz euch gerne sagte sie obwohl ich am liebsten alles in Erinnerung an euch behalten hätte aber nehmt ruhig was ihr möchtet doch wenn ich fragen darf woran hängt euer Herz so sehr dass ihr es mir nicht überlassen möchtet der jüngling hatte inzwischen seinen Ranzen geöffnet und ein Kästchen aus roten Saffian herausgenommen alles was mir gehört könnt ihr haben erwiderte er lächelnd aber das gehört meiner lieben Frau Patin ich habe es selbst angefertigt und muss es ihr bringen es ist ein Schmuck gnädige Frau fuhr er fort er öffnete das Kästchen und reichte es ihr einen Blick darauf geworfen fuhr sie aber betroffen zurück wie diese Steine rief sie für eure Patin sind sie bestimmt sagtet ihr jawohl antwortete Felix meine Frau Patin hat mir die Steine geschickt ich habe sie gefasst und bin auf dem Weg sie selbst zu überbringen gerührt sah ihn die Gräfin an Tränen traten ihr in die Augen dann bist du Felix Perner aus Nürnberg ja aber woher wisst ihr meinen Namen fragte der Jüngling und blickte sie bestürzt an welch eine wundervolle Fügung des Himmels sagte sie zu ihrem staunenden Gemahl das ist Felix unser Patensohn der Sohn unserer Kammerfrau Sabine Felix ich bin es zu der du kommen wolltest du hast deine Patin gerettet ohne es zu wissen wie seid ihr dann die Gräfin Sandau die mir und meiner Mutter so viel geholfen hat und dies ist das Schloss Mayenburg wohin ich wandern wollte wie soll ich dem gütigen Geschick danken dass mich auf so wunderbare Weise mit euch zusammentreffen ließ so konnte ich euch doch ein wenig meiner Dankbarkeit beweisen du hast mehr an mir getan erwiderte sie als ich je an dir hatte tun können doch solange ich lebe will ich versuchen deine treue Mutter sein und dieser Schmuck der dich zu mir führte in der Stunde höchster Not soll meine schönste Zierde werden er wird mich immer an dich und deinen Edelmut erinnern so sprach die Gräfin und sie hielt Wort Felix wurde von ihr auf seinen Wanderungen reichlich unterstützt als er als ein geschickter Arbeiter in seinem Handwerk zurückkam kaufte sie ihm in Nürnberg ein Haus richtete es ihm ein und schmückte die Wände des schönsten Zimmers mit Gemälden die die Szene in der Wald schenke und Felix Leben unter den Räubern wiedergaben Felix lebte da als ein geschickter Goldschmied der Ruhm seiner Kunstfertigkeit verband sich mit der Erzählung von seinem Heldenmut und verschaffte ihm Kunden aus dem ganzen Reich viele Fremde die in die schöne Stadt Nürnberg kamen ließen sich in die Werkstatt des berühmten Meisters Felix führen um ihn zu sehen und zu bewundern und auch ein schönes Geschmeide bei ihm zu bestellen Seine liebsten Besuche waren aber der Jäger der Zirkelschmied der Student und der Fuhrmann So oft der Letztere von Würzburg nach Fürth fuhr kehrte er bei Felix ein Der Jäger brachte ihm alle sie auch der Student Er war inzwischen ein bedeutender Mann im Staat geworden Schämte sich aber nicht beim Meister Felix und dem Zirkelschmied ein Abendessen zu verzehren Sie erinnerten sich an die Szene in der Waldschenke Der ehemalige Student erzählte er habe den Räuberhauptmann in Italien wiedergesehen Er hätte sich gänzlich verändert und diene dem König von Neapel als braver Soldat aber ohne ihn hätte er sich auch nicht aus der Hand der Räuber befreien können und so kam es dass der wackere Goldschmiedmeister nur friedliche und freundliche Erinnerungen hatte wenn er zurückdachte an das Wirtshaus im Spessart